Wippen! Ja, okay, hi! Erste Taube von St. Vincent ist da. So, welche Nummer? Ich muss deine Nummer aufschreiben. Was für Nummer? Schau uns. Das ist die 896. Ach, ja, nee, die ganze Nummer. Die ganze Nummer 13. 1393 896. Von 13, eh? Von 13, ja. Ganz spät. Das ist 11.20. 11.20 Sekunden. 11.00 und 20 Sekunden. Gut, komm. Okay, 1393 896 an Vincent. Super! Ja, super! Ja, ich muss nach 3, Jan. Gut, jo! Genau!